Herzlich Willkommen bei E-Commerce Vision. Heute möchte ich kurz einen neuen Service bei uns vorstellen und zwar geht es um die Jobbörse, die wir seit einigen Tagen online haben. Hier oben sieht man sie. Man kann über die Navigation oben auf der Seite in die Jobbörse gelangen oder aber wenn man runterscrollt, sieht man hier die fünf aktuellsten Jobangebote, die dort eingestellt wurden. Ich gehe jetzt einfach mal rein in den Bereich Jobbörse. Hier sieht man dann entsprechend auch alle eingetragenen und veröffentlichten Jobs nach Jobtitel, Ort und wann sie genau gepostet wurden, also wie alt sie sind. Man hat also die Möglichkeit entsprechend hier Produktmanager IT beispielsweise anzuklicken, sich entsprechend die Informationen einzuholen und wenn man möchte hier unten auch direkt den Bewerbungsprozess anzustoßen. Wer als Unternehmen einen Job inserieren möchte, kann dies gerne auch tun. Unter Post a Job auf der rechten Seite besteht die Möglichkeit, dann entsprechend direkt den Job oder die Jobvakanz einzutragen und nach einer kurzen Überprüfung wird die dann auch von unserer Seite dann sofort freigeschaltet und in allen Kanälen, die wir zur Verfügung stehen haben, ob Twitter, Facebook und was wir sonst noch für Möglichkeiten haben, wird das entsprechend publiziert und bekannt gemacht. Die aktuellen Jobkategorien bieten hier entsprechende schnelle Navigationsmöglichkeit. Das heißt, wer schnell in einem bestimmten Bereich eine Jobvakanz sucht, kann entsprechend hier einfach draufklicken oder aber auch ganz einfach die Suche hier oben rechts nutzen. Ich hoffe, der neue Service gefällt euch. Ihr werdet, sofern ihr einen neuen Job sucht, die passende Stelle finden oder aber sollten sie ein Unternehmen sein, die entsprechend High Potential suchen, entsprechend hier in unserer Plattform fündig werden bzw. die Stelle dann auch entsprechend neu besetzen können. Wir wünschen weiterhin viel Spaß. Bis demnächst.